In der medizinischen Welt scheint die Gürtelrose ein klarer Fall zu sein. Man hat einen Patienten mit einem Ausschlag wie aus dem Lehrbuch, Nervenschmerzen an der Seite oder im Rücken und das war's dann. Die Wahrheit ist, dass das Gürtelrose-Virus für die rätselhaften Symptome von Millionen von Menschen verantwortlich ist. Von Hautausschlägen, die Dermatologen verwirren, bis hin zu neurologischen Symptomen wie Zucken, Kribbeln, Brennen, Krämpfen, chronischer Migräne, Kopfschmerzen und vielem mehr. Verschiedene Varianten der Gürtelrose sind verantwortlich für die belge Lähmung, Schultersteife, diabetische Nervenschmerzen, Kolitis, vaginales Brennen, Brennen in anderen Bereichen, Kiefergelenkschmerzen, Borreliose, Ischiaschmerzen und sogar fehldiagnostizierte MS. Was die Ärzte noch nicht wissen ist, dass es nicht nur einen Typ des Gürtelrose-Virus gibt, sondern über 30 Varianten. Das ist wichtig, weil verschiedene Gürtelrose-Typen unterschiedliche Symptome verursachen. Es ist auch deshalb von Bedeutung, weil die meisten Gürtelrose-Fälle von der medizinischen Fachwelt nicht einmal als Folge eines Virus erkannt werden. So kann beispielsweise jede der aggressiveren Gürtelrose-Varianten Borreliose-Symptome hervorrufen, obwohl Ärzte derzeit davon ausgehen, dass die Borreliose durch Bakterien verursacht wird. Um zu verstehen, wie die Gürtelrose im Körper funktioniert, welche verschiedenen Arten von Gürtelrose-Viren es gibt und wie man sie heilen kann, schreibe ich in meinen Büchern. Bestimmte Lebensmittel können dem Körper bei der Heilung von Gürtelrose-Varianten mit und ohne Hautausschlag sehr helfen. Sie können helfen, indem sie die verschiedenen Virusstämme angreifen, den Körper bei der Genesung von Neurotoxinausbrüchen unterstützen, das Immunsystem stärken, die Nerven heilen und das Nervenwachstum anregen. Außerdem die entzündete Haut beruhigen und den Körper entgiften. Im Folgenden findest du zwölf Lebensmittel, die bei der Heilung von Gürtelrose helfen. Nehme sie täglich oder so oft wie möglich zu dir. Selleriesaft Die im Selleriesaft enthaltene Untergruppe des Natriums, die ich Natrium-Cluster-Salze nenne, hemmt das Wachstum von Gürtelrose und anderen Krankheitserregern. Die Natrium-Cluster-Salze heften sich auch an die viralen Neurotoxine, die für so viele neurologische Gesundheitsprobleme verantwortlich sind. Und transportieren sie sicher aus dem Körper, sodass die Nerven weniger den schädlichen Neurotoxinen der Gürtelrose ausgesetzt sind. Die einzigartige Form von Vitamin C im Selleriesaft stärkt das Immunsystem, damit es die Gürtelrose aufspüren und zerstören kann. Dies sind nur einige der Möglichkeiten, wie Selleriesaft hilft. Mehr über seine unglaublich heilenden Eigenschaften gibt es im Medical Medium Buch Selleriesaft. Wilde Blaubeeren helfen, das zentrale Nervensystem wiederherzustellen und Gürtelrose-Neurotoxine aus der Leber auszuspülen. Sie helfen auch, giftige Schwermetalle aus dem Gehirn und der Leber zu entfernen, von denen sich das Gürtelrose-Virus ernährt und dann Neurotoxine produziert, die viele Symptome und Erkrankungen verursachen. Wilde Blaubeeren sind ein wichtiger Bestandteil des Medical Medium Heavy Metal Detox Smoothies. Wilde Blaubeeren sind kleiner als ihre größeren, kultivierten Verwandten und sie können in der Tiefkühlabteilung vieler Lebensmittelgeschäfte gefunden werden. Papaya Die Aminosäuren und Enzyme der Papaya bilden zusammen unentdeckte Phytoschemikalien, die Viren abwehren. Ihr Vitamin C-Gehalt ist eine antivirale Geheimwaffe und hilft auch bei der Reinigung und Wiederherstellung der Leber, wo sich das Gürtelrose-Virus aufhält. Papaya schützen auch das zentrale Nervensystem vor Schäden durch virale Neurotoxine, was bei Gürtelrose-bedingten Symptomen oder Erkrankungen entscheidend ist. Achte auf die mexikanische und mittelamerikanische Papaya-Sorte, die als Maradol bekannt ist. Diese mittelgroßen bis großen Papaya sind den hawaiianischen Sorten vorzuziehen, die mit GVO verunreinigt sind. Äpfel Äpfel hungern Viren aus dem Darmtrakt und der Leber aus. Während sich das Pektin eines Apfels durch deinen Darm bewegt, sammelt es Viren und andere Mikroben wie Bakterien, Hefe und Schimmelpilze ein und befreit deinen Körper von ihnen. Wähle Äpfel mit roter Schale, um die meisten Nährstoffe zu erhalten. Birnen revitalisieren und nähren die Leber, während sie das Organ von Gürtelrose-Viren reinigen und entschlacken. Birnen regenerieren die durch das Gürtelrose-Virus geschädigten Darmschleimhäute. Das Gürtelrose-Virus ernährt sich von Milch, Käse, Butter und Eiern und scheidet dann giftige Abfallstoffe aus, die mit der Zeit die Darmschleimhaut zerstören. Artischocken helfen, die Leber von Neurotoxinen und Dermatoxinen zu reinigen, die von Viren wie dem Gürtelrose-Virus produziert werden. Der essbare Teil der Artischockenblätter, technisch gesehen die Deckblätter, enthält Alkaloid-Verbindungen, die Botschaften an bestimmte Teile des Immunsystems senden, um dich vor Eindringlingen wie der Gürtelrose zu schützen. Bananen sind ein starkes antivirales Lebensmittel mit unglaublichen entzündungshemmenden Eigenschaften, da sie die Viruslast senken können. Sie liefern Aminosäuren, die die richtige Art von Kalium liefern, um die Neurotransmitter wieder aufzubauen, nachdem sie durch die Neurotoxine der Gürtelrose zerstört wurden. Bananen sind eine Geheimwaffe, wenn es darum geht, die durch das Gürtelrose-Virus ausgelöste Colitis rückgängig zu machen. Eine Wahrheit, die der medizinischen Forschung und Wissenschaft noch unbekannt ist. Süßkartoffeln helfen bei der Reinigung und Entgiftung der Leber von toxischen Nebenprodukten des Gürtelrose-Virus, die sich im Laufe der Jahre ansammeln und die Leber stagnieren und träge werden lassen. Sie helfen auch, die Nerven zu nähren, die durch das Gürtelrose-Virus stark in Mitleidenschaft gezogen werden, da die Neurotoxine des Gürtelrose-Virus stark entzündlich auf die Nerven wirken. Spinat schafft ein alkalisches Milieu im Körper und versorgt das Nervensystem mit gut absorbierbaren Mikronährstoffen, was von entscheidender Bedeutung ist, da Viren das Nervensystem angreifen. Spinat bindet und entfernt die Gelee-artigen Virenabfallstoffe aus der Leber, die zu mysteriöser Gewichtszunahme, mysteriösem Herzflattern und mehr beitragen können. Spinat wird am besten rohverzehrt, um seine Vorteile zu erhalten. Die Schale und die Spitzen von Spargelstangen enthalten sekundäre Pflanzenstoffe, die die Gürtelrose zurückdrängen und deren Vermehrung verhindern. Spargel ist auch ein unglaublicher Basenbildner, das heißt, er hilft allen, die durch eine Last von Störenfrieden wie der Gürtelrose und ihren Nebenprodukten übersäuert sind, wieder in einen gesunden Zustand zu kommen. Spargel hat Blut-, Lymph- und leberreigene Eigenschaften, die ihn zu einem idealen Nahrungsmittel machen, um die Entgiftung von Virenschlacken zu unterstützen. Salate, blättrige, tiefgrüne oder rote Sorten sind antiviral. Sie helfen die Leber und das Lymphsystem von der Gürtelrose zu befreien und wirken alkalisierend auf den ganzen Körper. Salate wie Römer-Salat enthalten beruhigende Substanzen, die die Nerven entspannen und den Körper beruhigen, was für jeden hilfreich ist, der an einem viralen Symptom oder einer Erkrankung leidet, die die Nerven entzündet. Grüne Bohnen enthalten entzündungshemmende Verbindungen auf Chlorophyll-Basis, die bei allen Symptomen oder Erkrankungen, die durch Gürtelrose verursacht werden, hilfreich sind. Das waren die zwölf Lebensmittel, die Anthony empfiehlt, um Gürtelrose zu bekämpfen oder in Schach zu halten. Das gilt natürlich für alle Viren, aber hier hat er speziell von der Gürtelrose gesprochen. Ich fasse noch einmal die zwölf Lebensmittel zusammen. Selleriesaft, wilde Blaubeeren, Papaya, Äpfel, Birnen, Artischocken, Bananen, Süßkartoffeln, Spinat, Spargel, Salate und grüne Bohnen. Folgendes Gürtel Amber